Hallo Konfis, hier ist Pfarrer Reinhardt mit der kleinen Erinnerung ans Bibellesen. Sucht euch einen Lieblingsplatz, besorgt euch euer Heißgetränk und dann kann es losgehen. Lest die Bibeltexte auf Seite 26 im Arbeitsheft, das ist unsere Vereinbarung, solange wir uns jetzt nicht als Gruppe in einem Raum versammeln. Wir lesen die 20 Bibeltexte und sind damit bei den wichtigsten Ereignissen, den wichtigsten Gedanken, die wir von Gott wissen müssen. Und mit drei Dingen sollen wir lesen. Das erste, lies mit einem Stift. Besorg dir einen Stift, der nicht zu sehr durchdrückt in deiner Bibel und dann markiere dir die Sachen, die du wissen musst, die Sachen, die du für bedeutungsvoll hältst. Markiere das, was du richtig gut findest, aber auch das, was dir Schwierigkeiten macht. Die bedeutungsvollen Dinge und auch die unverständlichen und alles andere. Schreib es auf einen Zettel nebendran, dass du es nicht vergisst, dass du nicht abgelenkt bist, dass deine Gedanken nicht immer um die Hausaufgaben von morgen kreisen oder so. Du schreibst sie auf, Hausaufgaben muss ich noch machen. Und dann kannst du das auch wieder zur Seite schieben und bist ganz bei dem Text. Denn das zweite, das wichtige, lies mit deinem Verstand, mit deinem Kopf. Und zwar mit diesen zwei Fragen, die dir helfen können. Was lerne ich über Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und was lerne ich über den Menschen, über mich, über die Menschheit? Gutes oder vielleicht auch Negatives, Grundsätzliches? Das sind zwei ganz wichtige Fragen. Und da kommst du schon an die entscheidenden Informationen ran, die du brauchst. Lest diese Bibeltexte und dann können wir uns gut darüber austauschen. Das war es eigentlich, oder? Lies mit einem Stift. Mach dir Anmerkungen. Lies mit dem Verstand, mit diesen zwei Fragen. Was lerne ich über Gott? Was lerne ich über Menschen? Und letztens, und eigentlich das Wichtigste, lies mit dem Herzen. Betrachte es nicht als irgendeine Information, die du da aus einem Buch sammelst, sondern lies in Beziehung zu Gott. Sag, hallo Gott, hier bin ich. Ich würde es sehr schätzen, wenn du dich jetzt melden würdest, wenn du mich durch diese Worte ansprichst, wenn du mir was klar machst über mich, über meine Beziehung, über mein Leben und über dich und über dein Herz. Sei mit dem Herzen dabei und dann wünsche ich dir viel, viel Freude mit dem Bibeltext und lass es dir schmecken. Guten Bibelappetit. Tschüss, macht's gut, bis demnächst.